Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder bei Batman Arkham Origins. Weiter geht's hier. Wir sind hier gerade bei der Amüsiermeile, die ich festgestellt habe. Neue Aufnahme Session und wir haben hier zwei Leute, die noch verhört werden wollen. Dazu noch zwei Datenpakete. Da ist auch noch ein Datenpaket. Ich würde mal sagen, wir nähern uns diesem Kunden hier. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Da hinten sitzt er in der Masse. Fällt mir nicht so. Der andere rennt da gerade. Vor mir weg. So, gut. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Ich will hier einfach nur durchkommen. Mein Geld kassieren und dann irgendwo hinfliegen muss. Aber hier ist doch keiner. Gut, dann würde ich mal sagen, alle die hier so in der Nähe sind. Inklusive ich hier. Ach, da ist er. Das ist. Jetzt geht's ja noch mal. Oh, naja. Schießt, verdammt noch mal! Nee, du schießt nicht. Noch mehr? Ach ja, natürlich. Jetzt kommen wirklich alle hierher. Wieso noch versuchen die Waffe aufzuheben? Süß. Was bist du? Sag mir einfach, was du willst! Ich vermöbel, das will ich. Das hat auch geklappt. So, das machen wir auch hier. Schnell Handumdrehen hier. Da gucken wir gleich mal. Aha, aha, aha. Und einmal. Was ist hier? Was haben wir hier jetzt? Hilft uns dieses Ding noch irgendwie? Nicht wirklich. Äh, gut. Dann gehen wir mal hier rauf. Das ist doch auch irgendein. Okay. Sieht ganz annehmbar aus, wie es aussieht. Fünf Gegner da unten. Okay. 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 Wunderbar. Das läuft doch. So, damit haben wir jetzt hier alles, was an Datenpaketen auf der Amüsiermeile noch zutrifft für uns. Und ich würde mal sagen, wir versuchen uns von dem Punkt hier hinzuarbeiten. Jetzt ist die große Frage aller Fragen. Oh, wie sportlich Batman heute wird. Das ist ja faszinierend. Ähm. So, hier haben wir nämlich, äh. Da. Oh, da die Waldfee. Ah, da. Ja. 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 Okay, zwei können wir immer hin. So, der ist erstmal ausgeschaltet. Shit. Shit. Oh, kack. Hier drüben! Hier drüben! Nicht gut. Die sehen mich wieder aussieht nicht unbedingt gerade. Er ist zurück! Er ist zurück! Ach, mach doch! Ach, Mensch Betsy. Äh. Ja, auch wieder. Es lief nicht so gut. Das muss man ganz klar sagen. Achtung, alle Einheiten. Wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein 1010 mehr. TNT. Ich wollte drehen. So, den greifen ran. Kommt ihr mal? Nö! Ich rede aber aus meinem Haus! Jetzt bist du fällig! Nein! Meinst du? Meinst du? Ich hoffe du brauchst Hilfe. So, okay. Okay. So, ha. Ich muss... Okay. Wie komm ich da hin? Faszinierend. Was? Jetzt muss er hier irgendwie... eine Möglichkeit geben. Hm. Ach, das ist ein Schalter dort. Eie. Eieiei. Eieiei. Das kann lustig werden. Mit dem Batarang. Da muss ich jetzt mal rauskommen. Vor allem eine Kurve zu fliegen. Aaaaaah. Oh. Wow. Das hätte ich nicht so für möglich gehalten, dass ich das gleich beim ersten Mal hinbekomme. Gut. 60 Prozent. Okay, aber so würde ich mal sagen, gehen wir da hin. Okay, da sind keine Gegner weiter, das ist schon mal gut. Es könnte sein, dass in dem Container da die Möglichkeit bestätigt. Oder auch nicht. Aber eigentlich schon. Da, okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Da müssen wir mal ein bisschen Anlauf nehmen. Und Kravusha. Okay. Hatte erst nicht so den Anschein und ob das klappt, aber es hat hingehauen. So. Auf der Seite des Schiffes, wo keine Gegner sind. Gut. Ich glaube, da waren wir schon mal. Ich glaube, da habe ich nicht herausgefunden, wie das geht. Gut. Das sind die Tieren rum. Aufladen. Es muss also irgendeine bestimmte Reihenfolge sein. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Auch mal, was das hinhaut. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Super, wie ich die auch da hinsetze. So. Und dann gleich das zum Explodieren bringen. Kann klappen, muss aber nicht. Klappt auch nicht. Ach so. Okay. Naja. Verstehe. Okay. Das ist mal eine gute, vor allem schwere Aufgabe. Aber es ist möglich. Nein! Daneben! Oh, ne, ne, ne. Also es ist... Das wird ein bisschen schwerer hier. Die Rettler. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Och. Oder es ist doch... Ist doch eine Reihenfolge dahinter, die man schaffen muss. also machen wir den da anzug bis hier und jetzt noch darauf kommt das scheiße aber okay zumindest schon mal 20 Sekunden sehr wunderbar sehr wunderbar da oben den haben wir ja so eigentlich hier geöffnet wieso das jetzt allerdings wieder in kraft getreten ist weiß ich nicht mach nur weiter so batman und du wirst es noch sowas von bereuen naja ist ja ja wir müssen aber nichts weiter den hatten wir ja geöffnet den tom da 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 Ist das wirklich euer Ernst hier? Äh, hallo? Was ist das für ein Bug? Sehr gut. Dauer die Kamera einfach mal nicht mitspielen. Muss ja nicht. Ach, hier war's, ok. Durchrutschen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Juhu. War easy. Wunderbar. Wieder einen mehr. Jetzt müssen wir da lang. Oh, was war's? Oh, scheiße. Ach, was soll's? Was ist denn hier? Ach, was soll's? kawo shaka auch dahinten sind noch welche die haben mich jetzt entdeckt kuckuck heute noch was wir nehmen ja alle möglichen punkte mit da wollte ich nicht hin wieso kann er es denn nicht hier unten müsste es eigentlich irgendwo sein da oben drauf ach da ein bisschen leichter reicht das das ist schon grün schimmern wenn man seine geliebte kletteraktion noch mal sieben hier okay das war noch nicht mal das was wir gesucht haben das freut mich dann umso hier können wir eine kleine aktion versuchen vielleicht sehen wir ja irgendwas da 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 war es da wie kommt man da hin da da muss man doch aber da über wir nehmen mal ein bisschen flug anlauf denn es gibt nur diese möglichkeit das war schon echt tricky aber wir arbeiten uns heute gut durch die datenpakete da kann man nicht anders sagen da ist das nächste so was müssen wir hier wieder machen erstmal mit dem battering vorausschauen kann man die nicht da hieß es nicht weiter da aber es geht irgendwie nach unten dieses keine übung den block im city gilt eine ausgangssperre räumen sie die straße die nach unten als ob es geht nach unten da drin Da, da unten. Oh, kaputt vergessen zu bremsen ist es natürlich auch gut. Und wir nähern uns immer mehr. Warum sind hier aber eigentlich drei noch zu finden? Weil da. Versuchen sie nicht stören. Wir versuchen jetzt voranzukommen hier. Auch mit der Hoffnung nicht so viele Gegner, dass die auf uns lauern. Da oben lauern schon mal welche. Da unten auch. Das haben wir geholt. Und... Guck guck Hallo Da haben wir auch schon mal nie Da holt er sich ne neue Waffe Guck's hin Wollte der sich ne neue Waffe haben? Und hier bin ich gegen Gedingst die ganze Zeit auch gut So Wem kommen wir hier wieder ran? Ist auch wieder Trick 17 hinter Ach da ist ne Öffnung Das war es schon Sehr gut So was haben wir denn noch so zu bieten? Ach das was wir eigentlich wieder wollten Ist das noch gar nicht gewesen Es ist also weiter unten Würde ich jetzt mal behaupten Gucken wir uns erstmal von der Brücke hier an Da unten Das sieht man Ja Müsste man so rankommen eigentlich Na oder so Wollte zwar reinspringen Aber das wollte Unser Betsy Baby nicht Aber auch so kein Problem Gut Gut Wir haben noch eins Hier Auf der Amüsiermeile Dann hätten wir Das jetzt geschafft Und Ja Ich würde mich freuen Wenn wir das jetzt noch hinbekommen Wenn wir das jetzt noch hinbekommen Lassen wir uns mal fallen Und Genau Hier hinter Ist es versteckt Das letzte Datenpaket Was wir in der Amüsiermeile finden können Wunderbar Damit haben wir jetzt 63% bei Enigma abgeschlossen Wunderbar Und Industriegebiet Stimmt da fehlt uns ja dieser Kunde hier Da haben wir aber auf der Brücke Hier haben wir noch so einiges Und Ja Hier unten sowieso Aber ich würde sagen Alles Eins nach dem anderen Wir würden jetzt Dann hier auf die andere Seite gehen Und uns Dieses Gebiet vornehmen Bevor wir dann nach Unten zum Industriegebiet Versuchen Den da ausfindig zu machen Das aber alles in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Batman Arkham Origin Und Ja Dann Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zur nächsten Folge Tschüss